Herzlich willkommen am Radiologischen Versorgungszentrum Ostwestfalen am Standort Minden. Als Radiologisches Versorgungszentrum versuchen wir, alle radiologischen Leistungen anzubieten, sei es diagnostischer, interventioneller Art, aber auch Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Die Kernspintomographie ist das wichtigste bildgebende Verfahren und das Radiologische Versorgungszentrum verfügt über sechs Kernspintomographen, unter anderem auch Spezialgeräte wie ein 3-Tesla-Gerät. Diese sind aber als Röhre konstruiert und etliche Patienten legen sich nicht gerne dort rein, weil sie Angst haben, sie könnten dort Panik entwickeln. Aus diesem Grunde haben wir uns entschieden, ein siebtes Gerät in einer völlig anderen Bauweise zu kaufen. Ein Gerät der Firma Fujifilm Apertolucent Plus. Dieses ist als Sandwich gebaut, mit einem freien Raum dazwischen Rundumblick, mit einer breiten Liegefläche und vor allem mit sehr wenig Geräuschentwicklung. Natürlich gehört auch dazu eine gute Betreuung durch unser Team, das immer bei dem eventuell ängstlichen Patienten zugegen ist. Neben der Bildbegebung können wir auch an diesem Gerät kleine Eingriffe machen, zum Beispiel zur Schmerztherapie an der Wirbelsäule wie PRTs, aber auch Probeentnahmen aus Weichteilen oder Knochen und das ohne Strahlenbelastung. Die Bauweise des Gerätes, die Betreuung durch unsere Mitarbeiter und der großzügige Raum bewirken, dass der Patient die Untersuchung entspannt über sich ergehen lassen kann. Wir freuen uns auch über einen weiteren Aspekt, nämlich dass diese Art Kernspintomographen mit ihren Permanentmagneten nur ein Achtel der Energie verbrauchen, die die üblichen Kernspintomographen benötigen. Wenn Ihr Arzt Ihnen eine Kernspintomographie als Untersuchung empfiehlt und Sie haben Sorge, die durchzustehen, wenden Sie sich bitte an uns. Mit unserem neuen Gerät der Betreuung und den Räumlichkeiten werden wir das zusammen schaffen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!